Man sieht auch, es ist eine recht kleine Map. Es gibt halt auch nicht wirklich viel zu erkunden. In dieser Mission geht es eigentlich nur ums pure Überleben. So, wo kommt der Greller-Tempel mal hin? Eigentlich am liebsten hier oben irgendwo. Na gut, dann kommt der halt hier unten hin. So, Sachen upgraden. Wir haben noch einen Tag, um uns auf die erste Welle vorzubereiten. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, a building has been upgraded. Da spawnen zum Beispiel schon mal Minotaurin. Und Rattenmenschen kommen an. So, der Greller-Tempel ist fertig. So, der Greller-Tempel ist fertig. Genau, kämpft gegen meine Palace-Guard. So, weitere Heiler. Und da ist die Goblin-Horte. Ja, das dürften wir aber noch einstecken können. Sovereign, a local blacksmith offers new services. In the name of the Sovereign. I can't see how this works. Oh! 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 So, das Guardhouse neu aufbauen. Die Goblins haben wir überlebt. Wir haben aber nicht viel Zeit. Oh! 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 So, hier das Guardhouse wieder aufbauen und dann die Dauros-Gilde. Einfach in den Freiraum hier. Einfach in den Freiraum hier. So. So. das gardhaus steckt da oben mit das ist gut das gardhaus abgräben so mönche aber jetzt müsste gleich der nächste angriff schon kommen und veteranen guards weil die mehr ausrichten können so wir haben die beiden sachen noch abgräben weil jetzt müsste gleich die nächste angriffswelle kommen wobei ich nicht weiß da da wissen wir jetzt was da kommt so du kriegst ein stoneskin von mir du bist eine ziemlich starke veteranenwache also da kommt schon was böses auf uns zu ja die haken ordentlich auf das auf das gardhaus da ein ich wollte eigentlich gerade sagen wo ist der tote heiler boah die mission ist wieder arg heftig ich Oh, so. Gas collector. Oh, beast approaches. I've grown a smooth. In the name of the sovereign. Oh. What do you mean to stay? Aber die machen wir auch noch ganz gut fertig. Sie steigen auch alle recht gut auf. Ach du meine Güte Elfen. Wobei das jetzt ziemlich einfach ist gerade. Okay das war bis jetzt die einfachste Welle und das war die dritte. So dann müssen wir noch das Garthaus upgraden bevor die nächste Welle eintrudelt. Wobei ich glaube die kommt aus der Richtung dann. Ich will mal versuchen den Blacksmith wieder aufzubauen. Oh da kommen Zwerge. Sovereign, ein Gebäude wurde aufgerichtet. Das Gebäude ist in den Anführungen. Vierer Herr, ein neues Gebäude ist komplett geschlossen. Die sind aber auch nicht so stark. Ja die Zwerge die schaffen auch nicht gerade viel. So, Schmiede weiter. Gut, ich mache hier jetzt auch gerade eine von den Secret Missionen. Ja genau, der klaut das Dark Castle. So jetzt habe ich die Ancient Castle, Abandoned Castle, Dark Castle. Ja. Veteranen Guards, noch an denen erforschen. Sagen wir so, ich habe so das Gefühl die Welle mit dem Indotaurum war eine der schlimmsten. Vielleicht bis auf die letzte. Ich weiß nicht was da kommen wird. Oh, hier hat es einen Oak erwischt. Den werde ich mal wieder zum Leben erwecken. Und ich glaube ich werde versuchen ihnen mit einer Statue ein bisschen mehr Hoffnung zu machen. Weil jetzt ist Tag zwölf. Majestät, der lokale Blacksmith offert neue Services. Naja, wenn Untote kommen, dürfte das nicht so schlimm werden. Sieht aber fast aus, als ob Untote kommen würden. Ja. Oh, der kommt erst bei Tag 13. Die nächste Welle. Ich weiß nämlich noch ungefähr. Das war eine der wenigen Missionen, die ich gemacht habe. Aber ich dachte so, alle drei oder vier Tage kommt eine neue Welle. Das wäre also meiner Meinung nach jetzt. Das war eine gute Lebensgerichte. Das war der Anmarschland. Die Mal Ihre Anmarschland haben nicht gen问, was ich auf? Das war der Anmarschland. Das war das? Das war die Taste. Das war die Anmarschland. Ich weiß nicht. In the name of the Sovereinnes.